Kannst du denn noch den Himmel sehen und auf ungeterrten Wegen gehen? Die Sonne und den Wind noch spüren, wirst du das Leben noch dein Herz berühren? Lähst du noch oder spiegelst du schon, wie der Bergsee rollt und entspürt? Himmel und auch Gifflüchten, Bergsepportungen, der noch niemals hitzen. Alles ist gut, so wie es ist, wenn du damit zufrieden bist. Wenn du deine Entscheidung triffst und es auch wirklich deine ist. 1923 Dadaist, 33 sicher Pessimist, ab 44, wenn du nicht mehr bist, ab 55 auch kein Hellonist. Lachen zeiglich, dass du Fazit bist, 76 Punk oder Polizist, 89 echter Liberalist. Doch es soll so kommen, dass halt dein Heeresstandard ist. Und bis heute Lächer in die Zeitmaschine triffst. Und bis heute Lächer in die Zeitmaschine triffst. Und wenn... Und bis heute Lächer in die Zeitmaschine triffst.